Die Bank für die Rollen und Vadelberg ist mit Sitz in Innsbruck eben seit 1904 regional verwurzelt, bietet aber auch in Wien, Bayern, Baden-Württemberg und der deutschsprachigen Schweiz interessante Aufgaben. Wer will und kann, der darf. Dafür steht die BTV als Arbeitgeber. Die Mitarbeiter bei uns bewirken in der Region einen wesentlichen Beitrag eben für wirtschaftlicher Aufschwung. Wir gehen gemeinsam mit Offenheit und mit Vielfalt über Grenzen hinaus. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Chancen zu ergreifen, bei uns was zu bewegen und eben aktiv die BTV mitzugestalten. Und wir haben dafür mehrere Gründe, warum es besonders interessant ist, bei uns mitzuarbeiten. Sieben Gründe, unter anderem finden Sie es uns auf unserer Website unter btv.at slash karriere. Bei einem Bewerbungsgespräch mit einem Bewerber aus Vorarlberg kam dann, nachdem wir die Beteiligung in der BTV vorgestellt haben, die Silberetta Munterfond dann damals die Frage, ob man als Mitarbeiter dann eh gratis Skifahren kann. Zwar haben bei uns die Mitarbeiter die Möglichkeit stark verbilligt, eben die Tickets zu kaufen. Ansonsten sehen wir aus HR aber eben die Beteiligung und damit die Möglichkeit, sich im Konzern weiterzuentwickeln als große Möglichkeit und Chance. Was ist das? Was ist das? Was ist das?